SolidWorks.com sorgt für die vollständig integrierte wissensbasierte CNC-Programmierung direkt in SolidWorks. SolidWorks.com generiert Bearbeitungsinformationen im Handumdrehen. Mit der automatischen Feature-Erkennung werden Standardvorgänge und Erfolgsstrategien bezüglich Zustellung, Schnitttiefe, Werkzeugtyp und Größe direkt auf das Modell angewendet. So haben Sie mehr Zeit, sich auf die kritischen Bereiche der Teile zu konzentrieren. Mithilfe der SolidWorks Modellgeometrie können Sie manuell jederzeit zusätzliche Bearbeitungsverfahren erstellen. Über die umfassenden Auswahloptionen können Sie definieren, welche Flächen bearbeitet und was ausgeschlossen werden soll. So müssen Sie keine zusätzliche Referenzgeometrie für das Teil erstellen. Mit den leistungsfähigen Simulationsfunktionen in SolidWorks.com können Sie eine Vorschau für die Werkzeugwege anzeigen und mit dem ursprünglichen Modell vergleichen. So können Sie potenzielle Probleme oder Bereiche identifizieren, die weiter optimiert werden müssen und zwar lange, bevor das physische Teil bearbeitet wird. Änderungen an einer SolidWorks-Konstruktion können direkt auf Bearbeitungsvorgänge und Werkzeugwege angewendet werden. So lassen sich Teile wesentlich früher in der Entwicklung für die Fertigung bewerten. SolidWorks.com bietet eine leistungsfähige, wissensbasierte CNC-Programmierung für Teile und Baugruppen, Fräsen und Drehen und damit eine zentrale, integrierte Lösung für die fertigungsgerechte Konstruktion.